In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer eigenes Kabelmodem an eurem Kabelanschluss in Betrieb nehmt und aktiviert. Ich zeige das in diesem Video am Beispiel der Fritzbox 6591 Cable. Servus YouTube, Woid hier. Viele von euch möchten nicht die Provider-Hardware an ihrem Kabelanschluss verwenden und das ist auch nachvollziehbar. In diesem Video gehe ich deshalb darauf ein, wie ihr euer eigenes Kabelmodem am Kabelanschluss in Betrieb nehmen könnt. Das ist in der Tat relativ einfach möglich, ist aber natürlich ein bisschen aufwendiger, als wenn wir die Provider-Hardware einsetzen. Für dieses Video gehe ich jetzt an der Stelle einfach mal davon aus, dass ihr euer eigenes Kabelmodem bereits erfolgreich mit der Kabeldose in der Wand verbunden habt, dass das Gerät Strom hat und euch die LEDs signalisieren, hallo, hier liegt Kabel bereits an, es funktioniert. Wenn ihr soweit bereits gekommen seid, müsst ihr eigentlich nur noch das folgende tun. Ihr müsst ein Browserfenster öffnen, das seht ihr jetzt hier bei mir bereits, da ist bereits eines offen. Und ich habe hier parallel noch die Oberfläche der Fritzbox 6591 Cable geöffnet und mich dort eingeloggt. Denn die hat einen Assistenten, der euch durch die Aktivierung eures Kabelanschlusses lotst. Wenn ihr euer eigenes Kabelmodem bereits verbunden habt und ein Browserfenster öffnet, startet normalerweise automatisch ein separater Top in eurem Browser, welcher euch auf die Seite kabelmodemaktivieren.vodafone.de lotst. Wenn ihr diese Seite nicht geöffnet bekommt, könnt ihr euch einfach in die Oberfläche der Fritzbox einloggen. Dann kommt ihr in diese Assistenten-Oberfläche, die ich eben hier gerade zeige und klickt dort einfach auf den Link unten, kabelmodemaktivieren.vodafone.de. Sobald die Seite eingeladen ist, müsst ihr in der oberen Zeile eure Kundennummer eingeben. Diese findet ihr zum Beispiel auf einer aktuellen Rechnung von Vodafone. In den unteren drei Formfeldern müsst ihr den Aktivierungscode eures Anschlusses eingeben. Diesen habt ihr erhalten, als ihr euren Vertrag mit Vodafone abgeschlossen habt. In der Begrüßungsmappe findet ihr also in der Regel auf der ersten Seite gleich, in dem ersten Schriftstück, einen Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht und der muss hier unten in die Aktivierungscode-Zeile rein. Solltet ihr diesen verloren haben, wäre das an sich auch kein Problem. Ihr könnt euch bei Vodafone im Online-Portal registrieren und könnt dann zum Beispiel per E-Mail einen neuen Aktivierungscode anfordern. Bestätigt die Eingabe eurer Kundennummer und eures Aktivierungscodes mit einem Klick auf Weiter und anschließend müsst ihr auf dieser Seite noch die beiden Häkchen setzen. Ihr müsst also zustimmen, dass ihr mit den besonderen Bedingungen bei Nutzung eines geeigneten Endgeräts einverstanden seid. Es lohnt sich, das einmal kurz durchzulesen und zu überfliegen und außerdem, dass ihr die Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen habt. Die speziellen Nutzungsbedingungen sehen so aus. Wenn ihr sie lesen wollt, dann drückt jetzt an dieser Stelle bitte einmal im Video kurz Pause und das hier sind im Schnelldurchgang die neuen Sicherheitshinweise, die ihr beachten sollt, wenn ihr ein eigenes Endgerät an eurem Kabelanschluss betreibt. Anschließend klicken wir auf den Button Kabelmodem aktivieren. Jetzt lädt eine neue Seite und die ist ganz, ganz wichtig. Für eine Aktivierung des Telefondienstes inklusive Notruffunktion ist es zwingend notwendig, die unten stehenden SIP-Zugangsdaten in ihrem Endgerät einzutragen. Wählen Sie für die Registrierung Ihres SIP-Clients eine Ihrer Telefonnummern. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der Bedienungsanleitung des Herstellers. Was ihr jetzt hier seht, beziehungsweise nicht seht, weil es natürlich verpixelt ist, sind mein SIP-Benutzername, Proxy-Server-Registrar-Port und natürlich meine Telefonnummern inklusive unten des SIP-Passworts. Ich kann euch nur dringend empfehlen, die Zugangsdaten als PDF zu speichern. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn die flirten gehen, ist es relativ aufwendig, eben über das Kundenportal die wieder dann einzuholen. Speichert euch einmal das PDF ab, denn ihr werdet es bei der Konfiguration des Telefonanschlusses auf eurem Kabelmodem unmittelbar nach der Aktivierung ja sowieso brauchen. Ein entsprechender Button Zugangsdaten als PDF speichern steht ja sowieso bereit. Ich möchte aber an der Stelle kurz darauf hinweisen, vor allem das SIP-Passwort wird darin nicht als Buchstaben abgelegt, sondern als Bilddatei, was natürlich zum Copy-Pasten eher unangenehm ist. Wir wechseln nun zurück in die Oberfläche der Fritzbox und starten diese einmal neu. Die Fritzbox hat dafür einen eigenen Button, damit das funktioniert. Theoretisch hätten wir sie jetzt auch schnell stromlos machen können. Und dann dauert das Ganze ein, zwei Minuten. Die Fritzbox startet einmal komplett neu und im Normalfall ist sie dann auch, also das Modem aktiviert und mit dem Internet bereits verbunden. Sobald der Neustart erfolgreich durchgeführt wurde, loggen wir uns mit dem Passwort wieder in die Oberfläche der Fritzbox ein. Denn jetzt müssen wir natürlich noch die Telefonie einmal konfigurieren, wenn wir ein eigenes Modem verwenden. Im Falle der Fritzbox ist es so, sobald man sich in das Backend einloggt, nachdem das Modem aktiviert wurde, wird man unmittelbar darauf hingewiesen, dass man noch Rufnummern einrichten muss, also dass da noch nichts hinterlegt ist. Dazu gibt es dann im rechten Bereich des Bildes hier diesen Button, neue Rufnummer einrichten. Da müssen wir einmal draufklicken. Anschließend geht es eigentlich relativ schnell. Wir müssen oben unseren Telefonieanbieter auswählen. Der ist natürlich selbstredend klar, jetzt in dem Fall Vodafone. Wir müssen einmal die Ortsvorwahl eintragen und dann die erste Rufnummer. Und sobald wir die erste Rufnummer eingetragen haben, wird für jede weitere Rufnummer, die wir hinzufügen, die identische Ortsvorwahl angezeigt, was eigentlich ja logisch klar ist. Und wir können dann die weitere Telefonnummern eintragen. Anschließend geben wir unten bei Zugangsdaten den SIP-Benutzernamen und das SIP-Passwort ein. Und bei Weitere Einstellungen setzen wir den Haken Anmeldung immer über eine Internetverbindung. Und sobald wir hier fertig sind, klicken wir unten auf Weiter. Die Fritzbox prüft anschließend die angezeigten Rufnummern und ob die Telefonie funktional ist. Und sobald das bestätigt ist, können wir auf Weiter klicken, erhalten dann eben im Rahmen dieses Einrichtungsassistenten noch einige zusätzliche Hinweise. Aber im Wesentlichen ist dann das eigene Kabelmodem bereits aktiviert. Die Telefonnummern sind aktiv und wir sind mit diesem Gerät voll lauffähig. Im Zweifel lohnt sich natürlich noch das Update auf die aktuelle FritzOS-Version, wenn ihr auch eine Fritzbox benutzt, beziehungsweise natürlich bekommt ihr noch einige zusätzliche Hinweise, wenn ihr eine eigene Fritzbox gerade richtig konfiguriert habt. Aber ansonsten wäre das abgeschlossen hier. Ich würde euch an der Stelle noch einen Neustart des Geräts empfehlen, einfach damit das alles einmal sauber runtergefahren und neu hochgefahren wird. Und dann muss da eigentlich alles aktiv und funktional sein. Ein kleiner Hinweis noch vielleicht zum Schluss. Wenn ihr euer eigenes Kabelmodem angeschlossen habt und die LEDs euch eigentlich auch ein Go zeigen, aber das Browserfenster sich nicht öffnen lässt und ihr immer noch so eine Fehlermeldung bekommt, DNS not reachable, bla 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 bla. Ich hatte dieses Fehlerbild auch und ich war selber daran schuld. Die Ursache liegt da dran, ich weise da einfach an der Stelle mal kurz darauf hin, weil manche an den DNS-Servern gerne rumspielen. Wenn ihr einen eigenen DNS-Server bei den Netzwerkadaptern eingetragen habt, dann kann natürlich diese Kabelmodem aktivieren.vodafone.de-Seite nicht aufgerufen werden. Das heißt also, ihr müsst unbedingt die Netzwerkadapte, den DNS-Eintrag auf Standard haben, also dass er sich vom Provider zieht, aus dem Netz direkt und nicht aus den eigenen Eintragungen. Soviel erstmal dazu. Weitere Videos rund um die Fritzbox, Vodafone, Anschlüsse und Co. jetzt hier im Abspann. Ciao, servus, hier war euer Wout.